Was geht ab Leute? Der Staubbonus läuft. Ich zeige euch mal. Ich habe jetzt 2,124. Ich habe seit gestern um die 350.000 gemacht. Ein bisschen mehr sogar. Nicht schlecht. Es ist 16 Uhr. Jetzt fängt es erst an. Ich muss da vorne noch arbeiten. Und um 18 Uhr eine legendäre Raidstunde mit Sternstück. 4,5. Also 4500 Sternstab pro Raid. Das ist auch nicht schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt haben wir 2 Stunden Zeit zum Farmen. Was mir aufgefallen ist, ich habe zu Hause halt die 2 Kilometer Eier gebrütet und dann versucht, das alles zu füllen. Aber jetzt in den letzten 6 Stunden zu Hause mein Homestop gedreht und 5 Eier bekommen. Die 3 Grad, die 2, die zählen nicht. Die habe ich jetzt gerade gedreht. In 6 Stunden habe ich 5 Eier bekommen. Alter, was ist das Mann? Jedes Mal, wenn ich kein Ei haben will, kriege ich direkt eins. Wenn ich zum Beispiel ein Geschenk aufmachen will. Oh, lieber nicht an den Stopp drehen. Direkt kriege ich ein Geschenk. Äh, ein Ei. Und jetzt will ich Eier. Ich drehe 30, 40 Stops und kriege 5. Was ist das Mann? Wo sind die Eier? Und eine abnormale hohe Anzahl an 2 Eiern. Das ist nicht normal. Wir haben hier noch einen kleinen Glückstausch, bevor es losgeht. Mit der Rage-Stunde. Ein Kollege bleibt auf dem Kyoko. Können wir machen. Das hier müssen wir dafür ein CD-Shiny für meine Sammlung. Ich zeige euch dann gleich mal die Ausbeute von 1,5 Stunden Farmen ungefähr. Ich müsste heute 3 Millionen erreichen, was knapp ist, weil ich habe relativ spät angefangen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was ich brauche. Also, Kollege braucht 23,51. Das weiß ich. Gott. Das klingt nicht gut. Boah. Naja. So, da seht ihr es. Ups. Da hättet ihr es auch gleich gesehen. Wir haben 2,25 Millionen Sternenstock. Das heißt, wir haben 200.000 gemacht. Eine Stunde 100.000 ungefähr. Ist okay. Ist jetzt nicht so. Okay, ich habe noch nicht ganz zwei Stunden gezockt. Also, ist schon relativ okay. Heißt aber auch, wir brauchen noch 750.000. Ich muss auch noch Glücksalier kaufen, weil die Boxen keine mehr haben und ich auch keine. Und heute ist Levelaufstieg. Samstag ist auch nochmal Levelaufstieg. Ich kaufe mir leider dieses Paket hier, weil das mit 25 Glücksaliern haben die leider nicht mehr für 1.250 Gold. Ja, steigen wir hier ein bisschen auf dann. Heute eine entspannte, gewöhnliche Tour, weil ich habe die Rekordversuch-Tour verkleidet. Ich dachte, wir treffen uns hier. Wir fahren hier so ein bisschen. Komm hierher. Dann schaue ich in die Telegram-Gruppe. Ja, Treffpunkt. Schwantale. Ich so, okay, dann nicht. So, erstes Rekordwasser. Wie gesagt, heute wird eine gemütliche Rüge-Tour. Den hier lasse ich zum Beispiel aus. Den habe ich schon auf Gold. Und... 79. Ein 96er. Ein 96er. Ein 96er-Shiny. Ein 6... Nein. Kein 96er-Shiny. Ein 96er-Shiny. Außerdem ist der Jeno 93. Schon ist der nächste Down. 20, vielleicht kein Problem. 62. Wobei, es sinkt immer. Also früher war es immer genau oben rechts. Das ist, was es ist. Aber in letzter Zeit sinkt es immer noch weiter. Wahrscheinlich ist es irgendwas bei 5 und nicht shiny. Schade. Ja, irgendwas mit 50. Also es geht noch weiter runter. Drache oder Eis. Oder Gestein. Aber auf jeden Fall nicht Wasser. Oh mein Gott, den Mogelbaum. Mogelbaum ist Gestein. Das ist korrekt. XR8. Schauen wir mal an, Leute. Der Kollege hier drüben hat noch kein Shiny. Wir wünschen ihm viel Glück. Danke. Und der hat Wasser. Kein Glück hier. XR8. Ja, Mann. Ich bin auch gespannt. Shiny ist. Nee. Ich will nur eines sehen. Ich will nur einen Hunderter sehen, Mann. Ich will den Hunderter. Jeder auf Twitter kriegt hier und da Hunderter. Aber ich brauche ihn, Mann. Ich muss meine Drachen Hunderter Armee vollenden. Vervollständigen. Auf jeden Fall, der ist nicht Hunderter und nicht Shiny. Eine sehr entspannte Tour heute. Zu entspannt. Aber vielleicht bringt uns die Entspannung ein Gutes. Also bei dem wir jetzt schon mal nicht. Oh mein Gott. Schauen wir mal. Oh mein Gott. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall kein Hunderter. Oh mein. Der Hunderter. Wann kommt der Hunderter? Wann kommt noch ein Shiny, Alter? Zwei, drei machen wir noch. So wie es heute läuft. Wahrscheinlich eher zwei. Heute ist echt sehr, sehr entspannt. Nächste Raid. Oh mein Gott. Ich habe es nicht gesehen. Nächste Raid. Oh mein Gott. Ich habe es nicht gesehen. 75. Ja. Okay Leute. Letzte Raid für heute. Vielleicht haben wir ja Glück. Zum Abschluss noch. Ansonsten geht es wieder weiter farmen. Ja. Und gehen wir wenigstens in Shiny? Ne, das auch nicht. Enttäuschend heute. Schwache Tour. Sehr, sehr schwache Tour. Okay. Eigentlich müsste jetzt ein Zehnei kommen. Ich habe die Animation hier unten bekommen. Eins dazu bekommen für die Cursed. Aber die Animation will nicht kommen. Wir schauen einfach so mal rein. Das ist ein Trassler. Okay. Ich glaube ein bisschen über 300 ist ein Hunderter. Oder viel über 300. Ah ja. Aber Stau Update. 2,4 Millionen. 600.000 fehlen noch. Oder 580.000 für heute. Aber ja. Zwei Stunden zockt man wahrscheinlich noch. Und dann muss ich erstmal heim noch ein bisschen arbeiten. Was essen. Und dann morgen früh noch mal arbeiten. Und dann morgen früh ist hier in Bayern Feiertag. Da geht es ein bisschen ab. Und dann Freitag können wir auch noch ein bisschen machen. So. Das war es vom ersten Tag. Sternenstaubfarm. Parkei Quaser Raids. Also wenn ich in einer Stunde nur gefarmt hätte. Sternenstaub. Hätte ich natürlich mehr Staub gemacht. Weil die Raids haben jetzt nicht so viel gebracht. Und nebenbei mit dem Ball habe ich jetzt nicht so viel gefangen. Und gebrütet habe ich auch nicht so viel in der Zeit. Aber. Gemacht haben wir trotzdem. 860.000 Sternenstaub. Unter unserem Ziel. Wir brauchen ein bisschen mehr als eine Million. Aber ich habe auch gestern relativ spät angefangen. Also heute haben wir mehr Zeit. Hoffentlich geht heute viel viel mehr. Gestartet bin ich mit 1,84 Millionen. Und jetzt habe ich 2,7 Millionen. Das heißt. 860.000. Ja. So 200.000 mehr hätte ich gerne gemacht. Aber. Das müssen wir heute nachholen. Also. Sprich. Heute. Würde ich gerne auf. 4 kommen. 4 Millionen wäre geil. Das wären 1,3 Millionen. 4 Millionen wäre echt extrem. Das wäre ein gutes Ziel. Ein sehr sehr gutes Ziel. Auf jeden Fall. Das war's von mir Leute. Schreibt nur in den Kommentaren wie es bei euch so lief. Mit. A. Dem Sternenstaubfarm. Und B. Mit der Guy Faser Rage Stunde. Ansonsten. Wir wollen liken, subscribe, kommentieren. Checkt gerne wie so. Kommt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die shop ab. Vergesst nicht. Pokémon ist serious business.